Hier geht's hier auf der Bühne bei Tickmill mit dem Dirk Läger, dem Macher vom Stereo Trader, der lacht immer, wenn ich das so sage. Nee, der Bauer hast du gestern genannt. Ja stimmt, gestern hatte ich gesagt, der Erbauer vom Stereo Trader. Der Bauer, du hast mich Bauer genannt. Nein, Erbauer, du hättest dahin gehören müssen. Nein, 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 ich hab mich schon richtig verstanden. Dirk, ich freue mich, dass du heute dabei bist, hast du heute noch vergessen? In der Begleitung mit von Frank, heute geht's um das Thema unkonventionelle Handelsansätze. Was ist denn der Vorteil, wenn man unkonventionell handelt? Ich sag mal so, es macht das Leben so ein bisschen leichter. Oder ich sag mal, was ja meistens irgendwo gelehrt wird, ist ja hauptsächlich irgendwo, du brauchst irgendwie eine klare Strategie, was ja grundsätzlich auch nicht falsch ist. Und man versucht ja immer so einen Punkt möglichst genau zu erwischen, speziell im Daytrading. Und das heißt so, ich hab als Beispiel im DAX, wenn ich ja sage, okay, bei 12.203, dann hab ich einen Stop-Loss von 10 Punkten und dann muss es funktionieren. So, das ist ja ein konventioneller Ansatz. Oder halt natürlich für Swing-Trader ist es halt ein bisschen weiter gestrickt, das heißt, dort bin ich dann halt irgendwo, hab ich dann 50 Punkte Stop-Loss. Und das Problem ist immer nur, dass natürlich die großen Händler oder auch ein Trump-Tweet, das Thema hatten wir gestern auf der Bühne hier im Live-Trading, natürlich das ganz schnell mal aushebeln kann und dann nutzt ja meine 10 Punkte Stop nix. So, wenn ich dann Kaffee kochen war, im falschen Moment in der Küche und komme zurück, dann war der vielleicht genau in meinem Stop und rennt dann doch wieder weiter. Und das ist natürlich für alles, was konventionell ist, halt purer Stress eigentlich, wenn man mal ehrlich ist. Also Trading ist Stress. Ja, je enger ich arbeite, umso stressiger ist es. Und es gibt halt viele Ansätze, wir stellen hier heute jetzt nur mal einen vor, der halt so ein bisschen unkonventioneller ist und wo sich auch schon viele dran versucht haben, wo ich ja bei der Meinung bin, das haben wir im DAX ein bisschen cleverer gelöst, die ganze Geschichte, also was den unkonventionellen Ansatz angeht. Ich habe auch, um das gleich vorweg zu schicken, was ich hier erzähle, ist keine Theorie. Ich war gestern auf der Live-Trading-Bühne hier dabei, eigentlich war einer von den Firmen, die da gesessen haben und ich habe diesen Ansatz gestern halt eben auch mal gehandelt, auf dem Live-Konto wohlgemerkt und habe halt gesagt gestern, ja der DAX ist eher long. So, wenn da jetzt aber gestern Morgen jemand angefangen hat zu longen, der hat seinen Entry nie wieder gesehen. Und ich habe das halt ein bisschen anders gemacht, ich habe das genau mit diesem unkonventionellen Ansatz gemacht. Und ich habe gestern den Tag auf dem Live-Konto, wie gesagt, mit ungefähr 1% plus beendet. Weil ich einfach gesagt habe, der DAX ist ungefähr long. Mir ist eigentlich auch fast egal, ja, ob der jetzt auf 170 runterfällt, auf 200, das ist egal. Ich habe natürlich eine Reißleine, wo ich sage, ja, und gestern war es halt die 150, da hätte er jetzt nicht unbedingt hingehen dürfen. Denn ich sage, gut, funktioniert nicht. Aber so generell habe ich mir nur den Markt angeguckt im Tagesschart, habe gesehen, steigt, also gehe ich long. So, und das klingt erstmal total verrückt, weil es natürlich viel zu einfach klingt, um wahr zu sein. Aber es ist halt ein Thema, ich erwähne es wirklich immer wieder gerne und zeige es ja auch, wie gesagt, live. Also wir haben Backtests dazu, wir haben Vorwarttests dazu. Wir haben jetzt gestern halt wirklich halt hier in diesem Moment, wo es gefordert war, Live-Beispiele geschaffen. Und dazu wollen wir heute ein bisschen was erzählen, wie sowas funktioniert. Das ist natürlich sehr unkonventionell, weil man immer gewohnt ist, naja, da und dann habe ich da und da einen kreuzenden SMA oder ich habe hier eine SKS oder ich habe eine Trendstruktur. Und das ist einfach mal alles außen vor gelassen. Klingt also nach keep it simple, stupid. Im Prinzip ja. So ist es im Leben ja auch. Die einfachen Dinge sind meistens die, die am besten funktionieren. Dann würde ich sagen, gebe ich mal das Mikrofon ab und bühne frei für die unkonventionellen Ansätze. Dankeschön. So, also der Mike hat mich ja kurz schon vorgestellt. Mein Name ist Dirk Liger. Der eine oder andere kennt mich auch. Ich bin ja, wie er gesagt hat, wo ist er jetzt hin? Er hat mich immer gestern, da ist er. Ich bin der Bauer vom Stereo Trader. Also ich habe den Stereo Trader irgendwann mal ins Leben gerufen. Hängt so ein bisschen mit meiner Historie zusammen, weil ich halt eben früher aus der IT gekommen bin, zwischendurch ein paar andere Sachen gemacht habe. Und mittlerweile hat das Ganze doch eine große Eigendynamik entwickelt hat. Und das alles hängt eben mit dem Stereo Trader zusammen. Nichtsdestotrotz handle ich aber auch. Ich komme selbst zum Handel und zeige halt eben auch so gut wie jeden Tag live, wie man mit dem Stereo Trader umgeht. Immer mit Live-Konten und halt immer auch mit Echtzeitergebnissen. Also mir ist ganz wichtig das Thema Transparenz, damit man einfach nachvollziehen kann. Also ich will eigentlich nur, dass die Leute verstehen, so hey der Hilger, ich muss gar nicht der beste Trader sein, aber ich bin halt eben auch kein Märchenerzähler. Das ist das Einzige, was mir halt wichtig ist. Und bei mir natürlich genauso wichtig ist, dass die Anwender von der Plattform natürlich eben auch profitabel handeln. Das habe ich nichts davon. Das ist ganz simpel. So und deswegen ist grundsätzlich mein Motto, handle professionell, handle keinen Blödsinn und vor allen Dingen glaubt nicht allzu viel. Und wie der Mike es auch schon gerade gesagt hat, oftmals ist es halt eigentlich einfach. Ich weiß, das klingt immer ganz böse, vor allen Dingen für diejenigen, die halt mit dem Markt als Beispiel halt nicht klarkommen. Ich weiß das. Und das ist aber gar nicht so gemein. Ich versuche das halt auch immer so ein bisschen halt rüberzubringen in den Webinaren oder halt auch hier in den Vorträgen oder wie gestern beim Live-Trading auch zu untermauern, damit man das halt eben auch so ein bisschen nachvollziehen kann. Das ist mir halt immer ein ganz wichtiger Aspekt. So, worum es hier geht, ich habe es ja gerade schon mal angerissen. Das heißt, grundsätzlich brauche ich nur eine Tendenz, manuell zu bestimmen. Das heißt, ich bin eher long oder eher short oder eher seitwärts. Ja, wir haben ja drei Richtungen generell. Ich kann halt mit diesem, ich nenne es mal Algorithmus, der da drin ist. Pfeift bisschen? Bist du das? Du musst einfach mal ausschalten, guck mal. Und mit dem Algorithmus, der dahinter liegt, gehe ich im Prinzip hin, messe die Volatilität automatisch. Ja, und ich lasse mir aufgrund von dem, was gemessen ist, die Orders automatisch im Markt verteilen und löse permanenten Tränen Richtung auf. So. Ich finde es immer so spannend, wenn jetzt hier irgendwie ein Live-Trade am Laufen wäre, würden hier 50 Leute stehen und sagen, oh, guck mal, der Helga macht einen Live-Trade irgendwie so, der macht Gewinne. Deswegen finde ich es ganz spannend, weil darauf geht man gar nicht so ein, ja, oder man nimmt es nicht so wahr. Aber das Ergebnis kann sich halt sehen lassen. Wenn gleich die Kurve kommt, bin ich mir sicher, stehen hier fünf Leute mehr. So, hier nehme ich. Was sehen wir? Mal zum Beispiel, guck mal, geht der Laserpointer hier? Wahrscheinlich nicht. Nee, ist zu klein. Also, ich habe hier mal, das ist natürlich jetzt erstmal nur ein Backtest, es kommen gleich noch Live-Tests. Im Backtest sieht man halt, ich habe, das war im 2016, so lange existiert die Geschichte schon, 2016, im Hintergrund sehen wir den DAX. Der DAX von Juli, nee, März 2016 bis Juli fast auf der Stelle getreten, plus minus 50 Punkte. Ja, Hintergrund grau, DAX, nichts passiert. So, wenn man jetzt gesagt hat, und dazu halt unten mal so die paar Vergleiche, wenn man dann jetzt zum Beispiel gesagt hat, an diesem Tag, naja, ich gehe long und mache sonst nichts, nur mal als fiktives Beispiel, ja, dann hat man natürlich hier eine Order eröffnet und ist dann unten rausgeflogen. Das ist konventionelles Traden. Ja, da sind wir uns alle einig, oder? Einfach rein, ist Top-Loss, fertig. Oder halt kein Top-Loss, auch gut, an der Stelle trotzdem, funktioniert nicht. Hier ist dann nochmal ein anderer Ansatz dahinter, muss ich gestehen, es ist drei Jahre her, ich weiß nicht mehr genau, woher er kommt, ich gehe mal darauf nicht ein, aber eine andere automatische Handelsstrategie. Und dann halt hier, was wir im Blau sehen, die blaue Kurve, das ist dieser Algorithmus, der dahinter steht. Das heißt, nochmal kurz zur Erinnerung, die Volatilität wird bemessen, die Orders automatisch verteilt, ich löse permanent auf. So, das heißt, wir haben hier einen Seitwärtsmarkt im DAX, unübersehbar. Und was diese Geschichte macht, das war nur Long, das war auch ein einfaches Preset, ja, nämlich basierend auf dem M5, hat er halt, wie gesagt, die Volatilität bemessen und entsprechend immer wieder aufgelöst. Das heißt, er hat sich immer wieder in den Markt eingekauft und immer wieder aufgelöst. Und das hat eben zur Folge, dass man natürlich diese ganze Seitwärtsbewegung entsprechend halt auch umwandeln kann. Das, was die meisten Trader ja hassen, das ist der Seitwärtsmarkt. Und dabei ist das aber der Markt, der fast immer, oder der überwiegend vorherrscht. Gerade im DAX, wir stehen im DAX noch heute, da haben wir vor drei Jahren standen, das ist halt so, ja. Und hier sind es 2016, aber knapp danach, wenn man das mal mit der Trump-Wahl halt irgendwie mal in Einklang bringen möchte, ist im DAX eigentlich gar nichts passiert. Der steht da, wo er stand, wohingegen der DAO zum Beispiel halt ein Trendmarkt ist, wobei der auch ordentlich seine Haken schlägt. Aber die haben 60% zugelegt, die Amis. Das heißt, wir befinden uns meistens in Seitwärtsmärkten, egal wo man hinguckt. Und das ist halt das Problem, wenn man konventionell handeln möchte. Seht ihr, was habe ich gesagt? Kommt hier eine Kurve, die nach oben geht, stehen hier zehn Leute mehr. Ich zeige nächstes Mal die Kurve am Anfang. Genau. So. Was steckt dahinter? Oder ich komme gleich mal drauf. Also grundsätzlich sieht es so aus, wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Tag einsortieren will, ja, und sage, unten bin ich eher long, oben eher short, mal ganz profan, kann ich das damit halt auch machen. Das heißt, ich zeichne einfach einen roten Kasten, einen blauen Kasten und den Rest lasse ich automatisch machen. Das ist wirklich so. Dazwischen habe ich noch ein paar Linien. Dort sage ich zum Beispiel, ja, ab hier feuerst du immer wieder rein und oben hörst du auf mit long. Ja, nur als Beispiel. Das ist natürlich ein bisschen komplexer, aber das ist es, um das hier mal ein bisschen zu verdeutlichen. Nächstes Beispiel. Nächstes Beispiel. Drinnen, kannst du mir das mal eben mal geben, damit es halt ein bisschen genauer ist. Ähm, Moment. Und zwar war das, ähm, der Test hat begonnen am 1. Oktober und ist geendet am 2. Dezember. So, wenn man da mit einem Swing Trade reingegangen ist, ja, mal ausgehen davon, dass jetzt die Richtung generell mal richtig war, ja, und nicht irgendwie komplett falsch und nicht seitwärts. Nein, wir hatten hier einen Markt, der ist aufwärts gegangen in dem Zeitraum, wo man damit normale Positionen eröffnet hat, ich glaube, das waren dann hier 5 Euro pro Punkt, ähm, und dann hier mit den Swapkosten und so weiter, ähm, kam halt entsprechend hier im konventionellen Swing Trade in diesem Zeitraum von Oktober bis Dezember ein Ergebnis von 1.000, äh, Entschuldigung, von 5.400 Euro bei raus. Ja, so, so weit, so gut. Wir hatten einen Drawdown von 1.375 Euro, das war halt das Risiko in dieser ganzen Geschichte, passt soweit. Erstmal eine gute Geschichte. Wir haben aber das gleiche Ding mal gemacht, mit dem Algorithmus, der dahinter steht, die gleiche Strecke durch den Backtest geschickt und haben das aber auch immer wieder in diesen Etappen aufgelöst. So, warum ist das Ergebnis besser? Also ich liege hier bei 12.800 Euro, das heißt, ich habe über 7.000 Euro mehr an Profit gemacht, obwohl ich mehr Koffer, die Kosten verursacht habe. Woran liegt es? Ganz einfach, der Markt läuft ja nicht so. Der Markt läuft so. Das ist das, was der Markt macht. So, und dieses Ganze dazwischen nennt man Rauschen. So, und das sind aber Bewegungen. Würde man die ganzen Abwärtsbewegungen, die man immer im Markt drin hat, mal einfach übereinander stapeln, dann macht so ein DAX in so einem Zeitraum, äh, wo er hier, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Punkte das genau waren, 300 Punkte als Beispiel, ne, jetzt mal ein mehr, äh, wenn er zum Beispiel 1.000 Punkte steigt, dann sind aber diese ganzen Bewegungen, wenn man die aufrechnet, das sind wir garantiert immer bei 100.000 Punkten, ja, die da halt insgesamt drauf und runter gegangen ist. So, und mit so einem Algorithmus kann man dieses Rauschen halt einfangen. Und das ist halt eben der Riesenvorteil. Deswegen kommt einfach was anderes bei raus. Und das, und das kommen wir auch dazu, bei einem viel geringeren Risiko. Hier hatten wir zwar im Endeffekt den gleichen Drawdown, ja, auch von 1.375 Euro, aber ich bin hier gestartet, ähm, ich glaube mit 20 Cent pro Punkt und da oben mit 5 Euro pro Punkt. Und, ähm, ich weiß, das klingt alles erstmal ein bisschen abstrakt, aber der Frank wird gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, der ist schon ganz aufgeregt, wenn er gleich ans Mikro darf, aber er ist der Mann, der da eigentlich halt die richtigen Erfahrungen hat. Oder mal andersrum, welche Richtungen hat der Markt? Wohin geht der Markt? Rauf? Wohin noch? War es das? Das ist die Hauptrichtung. Das da. Die Zeit. Das ist, das ist die Richtung des, die Hauptrichtung des Marktes. Die Zeit. Auch wenn er nichts tut. Die Zeit geht immer vorwärts. Immer. Und die anderen beiden, deswegen ist der Pfeil auch mal ganz bewusst ein bisschen größer gemacht. Eigentlich müsste der da rechts rauskippen aus dem Bildschirm. Weil das ist, was der Markt, also generell mal, ein Index meistens nicht macht. Das ist das, was er manchmal macht. Oder halt natürlich im Durchschnitt macht. Und das ist das, was er meistens macht. Jeden Tag. Einfach nur rechts rüber laufen und dann wieder da enden, wo wir waren. Und wenn nicht, dann zwei Tage später. Und das ist halt genau das Problem. Und deswegen sieht das Ganze auch so aus. So, war hier jemand dabei gestern beim Live-Trading auf der WOT-Bühne hier, also hier bei der World of Trading. Vielleicht hier jemand, ein Publikum, noch jemand, ja? So, ich habe morgens, ich habe ja gestern ein paar Trades gemacht. Ich glaube, 16 in Summe waren es, 16 oder 17 sogar. Zwei manuelle Trades. Ich habe hier noch nachmittags auch noch einen Live-Trade gemacht. Und eine Geschichte davon war, dass ich gesagt habe, naja, der DAX ist eher long. Ja, ich suche mir halt, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich suche mir manuell meine Dip-Position, habe ich morgens gemacht. Habe die auch mit 25 Punkten plus aufgelöst. Ich glaube, irgendwie kurz nach 10. War das noch halb 11 oder so. Und war auch live auf der Bühne zu sehen. Das war der konventionelle Ansatz, ja? Den ich natürlich halt auch Handler. Ich habe aber auch gesagt, naja gut, ich mache es auch mal anders. Wir werden das hier mal machen. Ich starte einfach mal genau diese Geschichte, ja? Die wir hier gesehen haben, von der ich behaupte, dass sie funktioniert. Ich starte genau diese Geschichte. Ich sehe, der DAX darf nicht unter 150. So, also, solange das nicht gegeben ist, bleibe ich long-orientiert. Sage aber dem Automaten, mach du das mal. Und das war das Ergebnis. Kann man sich mal angucken. Das ist das Ergebnis vom gestrigen Live-Trading hier auf der WOT-Bühne. Mit dieser Geschichte, über die ich hier gerade rede. Das klingt erstmal unglaublich, ja? Aber da oben stehen 180 Punkte. Das ist kein Witz. Das ist die gesamte Tageseite erfasst. Das ist mehr als der DAX am Tag gemacht hat. Das sind 180 Punkte gestern aus dem Live-Trading hier auf der Bühne eingesammelt. Mit dieser Geschichte. Nur weil ich gesagt habe, der Markt ist eher long. Wenn man sich das jetzt mal anguckt. Ich meine, man kann jetzt natürlich nicht sagen, hey, das waren 10 Euro pro Punkt. Das ist natürlich Quatsch. Ja, aber das ist halt rein die Strecke. Und ich habe einfach ein Risiko vorgegeben. Ich habe gesagt, 5 Euro pro Punkt maximal für die ganze Geschichte. Die müssen aber verteilt werden in den Markt. Und dann gehen wir mal eher long. So, wenn man sich das jetzt mal anguckt hier als Beispiel. Ich habe hier gestartet. Da war mein erster Entry. Hier ist die Kasse Eröffnung. Ja, das ist 15 Minuten ist das hier. Ne, das ist jetzt M5, Entschuldigung. Hier ist die Kasse Eröffnung. Das war so kurz nach 10 oder kurz vor 10. Ich weiß es nicht mehr. Und da bin ich... Ne, hier unten müsste es gewesen sein. Entschuldigung. Da unten bin ich dann irgendwo gestartet. Genau, da war der bei, ja, 210 etwa der DAX. So, und das heißt, und das meinte ich vorhin, wenn man gestern gesagt hat, der Markt ist long, ich gehe long. Und hat da oben angefangen, hat man nie wieder seinen Exit gesehen. Das heißt, da ist man definitiv mit einem Minus raus. So, ich habe jetzt aber halt so oder so die erste Stunde abgewartet. Das hat aber eher zeitliche Gründe hiermit zu tun. Und habe halt hier angefangen, habe auf den Knopf gedrückt. So, und was ist passiert? Das war dieser erste Ausbruch, den ich auch manuell gehandelt habe. Das waren hier die ersten sechs Punkte. So, und dann sieht man das ganze Rauschen. Nochmal 21 Punkte. Hier nochmal fünf Punkte. Hier kam natürlich auch mal ein Verlust. Klar, das ist ja kein heiliger Gral. Habe ich aber auch gesagt, wir werden, wenn die Verluste kommen, oder andersrum. Ich habe gestern auf der Bühne gesagt, wir können eine Trefferquote von 10 zu 1 erwarten. Das klingt erstmal total fantastisch, ja. Das ist immer wahr. Man sieht es ja auch hier. Aber auch muss man damit rechnen, dass die Verlustrates natürlich aber auch halt überproportional zuschlagen. Das ist aber nicht schlimm. Solange man halt ungefähr in der Marktrichtung drin ist, passt das. Wird es auch wieder ausgeglichen. Das heißt, hier sieht man dann, hier gibt es zwei Loser. Da gab es halt hier einen Dip im Markt. Und da ist er auch bis auf die 170 runter. Bei 150 war meine Grenzen. Da habe ich gesagt, hier unten rein markttechnisch ist das für mich völlig okay. So, und das heißt, der hat immer wieder halt das Ding eingekauft und auch immer wieder aufgelöst. Hier nochmal vier Punkte, da nochmal acht. Nummer fünf, sechs, sechs, fünf, vier und so weiter. Den Schluss habe ich hier nur manuell aufgelöst. Hätte ich gar nicht gemusst. Den hätte ich auch hier auflösen können. Weil ich einfach gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut. Ja, wir haben irgendwie Freitag, ich drücke jetzt auf den Knopf. Aber ist nicht schlimm. Das waren halt fünf Punkte minus, macht nichts. Und hier unten sieht man die ganzen Einzel-Trades von dieser Geschichte. Ich hoffe, man kann es erkennen von hinter dem Lautsprecher auch noch. Das sind die einzelnen Trades. Man sieht, klar, der Verlust, wenn man komplett falsch liegt, geht es natürlich auch nach hinten los. Aber insgesamt ist die ganze Geschichte positiv. Und wir haben hier in dieser Session der Periode 0,9% plus gemacht. Einfach nur, weil ich morgens einmal auf den Knopf gedrückt habe und gesagt habe, der Markt ist eher long. Natürlich, nochmal, muss ich aufpassen, dass ein gewisser Punkt nicht unterschritten wird. Und das heißt, das, was ich am Anfang gesagt habe, ich will jetzt nicht nochmal zurückblättern, ich habe ein bisschen Sorge um meinen PowerPoint, dass es hier dann gleich nicht mehr will. Aber was ich am Anfang gesagt habe, wenn man halt zumindest mal irgendwie weiß, was ein Trend ist und versteht, das ist ein Long-Trend. Jetzt nicht in fünf Minuten, davon rede ich nicht. Sondern ich sage, Stundenchart, vier Stunden, Tageschart ist ein Long-Trend. So, dann ist der Markt eher long. Eigentlich, wenn man dann mal drüber nachdenkt, ist das doch total einfach. Ich gucke auf den Chart und sehe, das Ding ist long. Warum schrotten die Leute da immer alle? Warum? Ja, weil es angeblich schnell geht. Das Problem ist aber, ich handele immer gegen die Richtung, gegen die Wahrscheinlichkeit. Also, dann sagt natürlich der Laie, ja, dann geh doch long. Ja, hätte ich das um 9 Uhr gemacht, hätte ich trotzdem Verlust gemacht. Obwohl ich im Long-Trend bin. So, und das ist auch das, glaube ich, was vielen das Leben halt sowieso schwer macht im Trading. Ja, weil sie halt dann, sie sehen einen Long-Trend, einen großen, schaffen es aber nicht da reinzukommen. Noch viel schlimmer, finde ich, aber das hat jetzt damit weniger zu tun. Wenn ich das Ganze, oder bei Facebook oder wo auch immer man halt ist, dann halt lese, ja, irgendwann kommt der große Crash und dann geht das runter und dann bin ich dabei. Wisst ihr, wer von denen dabei ist, wenn es runter geht? Gar keiner. Überhaupt keiner. Warum nicht? Weil sie den Trend doch scheinbar nicht erkennen. Da müsste doch jeder von denen, da müsste doch dabei sein, seit der Dauern nochmal hier an Weihnachten auf 21.000 irgendwas war. Wo sind die alle? Das wäre ja viel gemütlicher gewesen, als jetzt da jeden Tag zu gucken, wo geht das Ding runter. Aber halt gut, das ist ein anderes Thema. Aber generell, es ist nicht so einfach, in einen Trend reinzukommen. Und das ist halt eine Geschichte, die halt dabei halt auch mal helfen kann. Der Heiko Behrendt, hier ist er. Auch ein ganz bekannter übrigens, der es auch jeden Tag vormacht. Und das heißt, so einfach ist es nicht. Aber damit mache ich es mir ein bisschen einfacher. Das heißt, ich schätze den Markt ungefähr ein, ziehe natürlich irgendwo meine Reißlein, das muss ich machen. Ich muss mein Risiko begrenzen, das geht nicht anders. Aber ich muss es nicht mit einer Position und einem Stop-Loss machen. Sondern ich kann es halt eben auch entsprechend ein bisschen automatisieren lassen. Also neben der ganzen Theorie war das jetzt hier ein Beispiel. Man darf halt vielleicht auch eins nicht unterschätzen. Ich hatte gestern einen Tag, ich hatte eine Chance, es richtig zu machen. Ich hatte natürlich auch ein bisschen Bammel, dass der Markt gestern was ganz anderes dann plötzlich macht. Aber letzten Endes ist der Markt gelaufen wie immer, ein bisschen gepokert auf der Unterseite, wieder zurückgelaufen, fast auf Anfang nichts passiert. Und das ist ja das, was wir meistens haben, nämlich diese Trendrichtung halt darüber. Nichts anderes ist gestern auch passiert. Und obwohl der Markt nicht gestiegen ist und ich eigentlich halt auch hier schon an der Stelle war, wo ich angefangen habe, selbst da, das hatte ich halt gestern Nachmittag hier auch kurz gezeigt im Live-Trading, selbst da waren wir schon 0,5% vorne, obwohl der Markt gar nichts gemacht hat. Das hätte ich nur geschafft ansonsten, wenn ich exakt unten das Tief erwischt hätte. Das heißt, wenn ich mir wieder den Stress angetan hätte, den ganzen Tag da zu sitzen und zu warten, ich meine, ich weiß doch nicht, ob der da unten hinkommt. Es hätte auch sein können, dass der hier hinkommt und dann einfach wieder oben durchrennt. Es hätte auch sein können, dass die um 9 Uhr sagen, was kostet die Welt, wir ballern heute den DAX über die 13.500. Weiß ich doch nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe nur eine Tendenz und versuche mir den Stress nicht anzutun, halt da jeden Dip, jeden Peak da halt irgendwo auszuloten. So, das war wie gesagt mein Beispiel jetzt hier dafür, was ich gestern live gezeigt habe, auf der Bühne hier nochmal in allen Details. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, hier mein Kollege Frank Eschmann, jetzt darf er nämlich endlich. Er ist auf mich? Ja, man hört dich. Ja. So, ich stelle ihn kurz vor. Frank, wir sind, es ist halt eigentlich immer ganz lustig, gerade in dem Segment, dass man, ich sage mal, sorry, wenn ich dich jetzt hier kurz aufhalte, aber es kommt immer zusammen, was zusammenkommen muss. Und so hat sich halt bei mir halt auch mit dem Stereotrader ganz viel immer glücklich gefügt. Und das finde ich halt immer so schön. Und den Frank habe ich dadurch kennengelernt, weil ich natürlich auch mal google, so, ich gebe da mal Stereotrader ein und gucke mal, ob da irgendjemand was Böses dazu geschrieben hat. So, man muss ja ab und zu mal, aber ist bisher irgendwie nicht passiert, das ist schön. Im Gegenteil, dann bin ich auf einen YouTube-Kanal gestoßen, den mich der Frank gemacht hat. Und habe ich so, wer ist das denn? Und der erzählt die ganze Zeit darüber, ich kenne den gar nicht, ja. Und völlig fasziniert erzählt er da halt über genau diese Funktion im Stereotrader und auch noch ein paar andere Sachen, was er da halt alles ausprobiert hat und hat ihn da in höchsten Tönen gelobt. Und so haben wir uns kennengelernt. Ich habe ihn nämlich dann angeschrieben und habe gesagt, so, hey, ich finde das total super. Und das war eigentlich der Anfang der Dinge. Und wie wir da zusammengekommen sind. Und dann haben wir uns auch ein paar Mal mehr unterhalten und sein Steckenpferd ist halt wirklich genau diese Geschichte, wo er jetzt halt schon seit, wie lange bist du jetzt dabei, das zu testen? Anderthalb Jahre mindestens. Also nur die strategischen Orders, ja. Das heißt also, das, was ich hier hin und wieder mal mache im Backtest oder halt auch mal im Live-Test, macht er konsequent jetzt seit anderthalb Jahren. Und dazu kannst du, er hat auch ein paar Ergebnisse mitgebracht von Live-Konten beziehungsweise halt auch von Demo-Konten. Also alles Forward-Tests, keine Backtests, die ja auch natürlich immer verfälscht sein können wegen der Ausführung, wegen der Bewegung, wegen Genauigkeit von den historischen Daten und so weiter. Darf man das auch nicht überbewerten. Und deswegen ist immer ganz wichtig, dass man sich eben nicht auf Backtests verlässt, sondern das hat wirklich halt Forward-Teste. Und er hat es gemacht. Also, du hast das Wort. Endlich. Vielen Dank, Dirk. Du hast es übernehmen. Also, mein Name ist Frank Eschmann, wie der Dirk schon gesagt hat. Und ich habe mich eben, hört er mich? Kannst du mich ein bisschen lauter. Und ja, ich habe mich eben auf die strategischen Orders spezialisiert. Bin vor anderthalb Jahren zum Stereo-Trader gekommen. Und ja, eben seither habe ich mich hauptsächlich mit diesen, habe ich selbstständig dieses strategischen Orders aufgebaut. Und ja, wie bin ich eigentlich zur Börse gekommen? In 2008 bin ich zur Börse gekommen. Im Lehman-Crash. Da bin ich auf den Dirk aufmerksam geworden. Ich habe dann erstmal alles durchgemacht, wie die meisten hier. Aber erstmal technische Analyse, Technik, dann einen Ausflug ins Volumen-Trading, habe ich auch gemacht und bin dann letzten Endes beim Stereo-Trader gelandet. Auf den bin ich irgendwie durch YouTube gekommen auch, habe den dann gesehen und habe erstmal die Limit-Pullback-Funktion gesehen und habe sofort gewusst, wow, das ist es. Damit kann man richtig was anfangen. Und dann hat der Dirk irgendwann noch, habe ich irgendwann diese Grid-Orders noch gesehen und dann habe ich genau gewusst, als ich das gesehen habe, dass das ein System ist, was genau auf den Markt passt, was gerade auf so einen Markt wie den DAX passt. Weil wie der Dirk schon gesagt hat, die Indizes, die bewegen sich hauptsächlich immer im Seitwärtstrend. Es gibt verschiedene Märkte und die Indizes bewegen sich eben hauptsächlich in Seitwärtsmärkten. Es gibt andere Märkte, die bilden eher Trends aus, aber gerade für Indizes oder auch für verschiedene Währungspaare eignet sich eben dieser strategische Ansatz sehr gut, da man hiermit eben die große Seitwärtsbewegung abgreifen kann. Und der Vorteil ist eben an der ganzen Sache, dass wir hier nicht mehr einen punktgenauen Einstieg brauchen. Also mein großes Problem war eben immer, den punktgenauen Einstieg zu finden. Was passiert dann? Dann hast du einen Stop von 10 oder 20 Punkten und der wird geholt. Egal, wo du den Stop hinlegst, der wird geholt. Und das ist irgendwie extrem nervig und deswegen finde ich diese Art zu handeln extrem entspannt, weil es im Grunde egal ist, wo man einsteigt, man kommt fast immer mit einem Gewinn raus. Und das hört sich absurd an, aber es ist tatsächlich so, dass man hier mit dieser Art des Tradings gute Gewinne erzielen kann und nicht mehr diese Anspannung hat, die man eben hat, wenn man einen punktgenauen Einstieg sucht, egal mit welchem System man da rangeht, egal ob man die technische Analyse nimmt, die Markttechnik, das Orderflow und Volumen Trading, das zieht alles immer darauf ab, einen punktgenauen Einstieg zu finden, um dann eben die Bewegungsrichtung abzugreifen oder zu prognostizieren. Wir sagen, der DAX bricht eine Unterstützung und er geht dann dahin. Mit diesen strategischen Orders ist es mehr oder weniger egal, kann man fast sagen, ob unsere Prognose stimmt, wir werden früher oder später damit mit hoher Wahrscheinlichkeit im Gewinn landen. Ja, und das habe ich halt, das ganze System habe ich halt ein bisschen ausgereizt, habe da eigene Systeme gebaut und ja, kannst du vielleicht mal Zeit. Oh, mein Mikro ist jetzt ganz aus, warte, ich drehe mich mal hier selber wieder hoch. Elena, bleib ruhig da, alles gut. So, das heißt also vom Prinzip ja genau das, was ich eben auch gesagt habe, das heißt, den Stressfaktor halt rauszunehmen, darum geht es halt. Wir können ja mal kurz darauf eingehen, über das, was du hier gemacht hast, das war eben DAO und NASDAQ Future, war es jetzt erstmal halt ein Test, den du gemacht hast, also er hat es auf CFD genauso gemacht, aber halt eben das Ganze auch zu untermauern, eben halt auch auf dem Future. So, das ist das Ergebnis, kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Ja, das Ganze ging eben vier Wochen lang im Future, keine Übernachtposition gehalten und ich habe mir die, das ist ein sehr komplexes System, was jetzt keins dieser Presets ist, die man im Stereo Trader findet. Der Dirk hat ja da gewisse Presets schon eingebaut in den Stereo Trader, 5x ATR durch 3, Swing 1, Swing 2, Swing 3. Ich nutze halt immer die Funktion, die erweiterten strategischen Orders, genau. Und ich baue mir damit eben mit dem Panel die strategischen Orders selbst zusammen. Also vielleicht um das kurz zu erklären, also es gibt so eine gewisse Anzahl von Presets, die ich in diesem Algorithmus halt hinterlegt habe. Ich habe gestern einfach nur ein Preset gehandelt, was ja dann auch funktioniert hat, was man da gesehen hat und man kann sich aber halt oder man sollte halt auch. Also es ist ganz wichtig, das soll hier nicht als der heilige Gral oder irgendwas verstanden werden. Es geht natürlich auch, wenn man immer komplett daneben schießt und keinen Trend erkennt und dann halt sagt, das Ding macht das schon. Das wird vielleicht nicht so viel Verlust machen, wie wenn man anders handelt, weil es generell das Risiko schon rausnimmt und auch so ein bisschen verzeihlich ist, aber trotzdem wird man dann auch damit baden gehen. Das ist ganz klar, also das heißt, kein heiliger Gral, aber sicherlich eine Art, die einem hilft, die so ein bisschen verzeihlich ist. Und jetzt habe ich ganz kurz, also genau, Preset. So, das heißt, was ich gestern gemacht habe, das war nur ein Preset und man kann aber halt diese ganzen Parameter oder sollte halt auch, wenn man sich damit befasst hat, kann man sich halt auch selber ganz genau einstellen. Man kann das natürlich alles backtesten, live testen, wie auch immer. Und das ist das, was halt der Frank gemacht hat. Das heißt, er hat sich intensive damit auseinandergesetzt. Der hat gesagt, die Presets von dem Dirk, die sind alle Müll. Die sind kein Müll, aber... Nein, nein, das ist ja okay. Und das ist ja auch gut so, das soll ja gar nicht so sein. Aber ich sagte, es passt für ihn nicht zu seinem Handelsstil. Er hat sich seine eigenen Presets gemacht und das ist eben damit gemeint. Das heißt, er hat einfach seine eigenen Einstellungen gemacht und das ist wohl das, was dann dazu geführt hat. Unter anderem, ja. Das ist ein sehr verrückter Test, aber es hat gut funktioniert. Und ja, ich gehe halt immer so ran, dass ich mir die ATR in einem Wert angucke und ja, weiß man ja ungefähr, wie viele Punkte bewegt sich denn der DAX am Tag zum Beispiel. Bewegt er sich 4000 Punkte oder bewegt er sich 50 Punkte? Das kann man ja ungefähr einschätzen. Ich glaube, es ist um die 100, oder? Ja. Also 150 so. Zwischen 300 und 150 ist ja ein statistischer Mittelwert. Wir wissen quasi, dass der DAX nicht morgen 4000 Punkte höher steht oder 5000, also sehr unwahrscheinlich, dass er 5000 Punkte tiefer steht. Und mit dem Wissen kann man dann schon mal sein Order Grid absetzen, abstellen auf diese Handelsspanne und kann dann eben seine Positionsgrößen darauf optimieren, auf diese Handelsspanne. Das ist zum Beispiel ein Ansatz. Sehen wir jetzt zum Beispiel im nächsten. Oh, das war der Laserpointer, der hilft mir hier nicht. Das war ein Live-Konto, das habe ich automatisiert gehandelt auf dem VPS-Server. Und hier habe ich mit dem XMA-Filter, denn der Dirk hat hier auch noch Filter eingebaut. Das heißt, wir können zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends können wir auch noch ausfiltern. Und ja, dann kann ich mir quasi meine Grid-Orders quasi vorprogrammieren, also vorlegen und der Filter, der filtert mir dann die Aufwärts- und Abwärtstrends raus. Ja. So kann man es eigentlich sagen. Genau. Das ist ein simpler EMA-Crossing-Filter. Normalerweise halte ich nichts von EMAs, aber in dem Fall in Kombination mit den strategischen Orders funktioniert das tatsächlich super gut. Und man sieht auch, die langen Seitwärtsphasen ist einfach dem Umstand geschuldet, dass, wie der Dirk schon gesagt hat, oder wie ich auch sage, dass die Indizes eben tendenziell eher seitwärts laufen. Und das ist halt ein Trendsystem. Das ist ein Trendfolgesystem, das ich auf dem DAX angewendet habe. Und da der nun mal hauptsächlich seitwärts läuft, wird er sehr oft Break-Even ausgestoppt in dem Fall. Aber das, was jetzt einen diskretionären Trader verrückt macht, wenn er dauernd ausgestoppt wird, wir versuchen in einen Trend reinzukommen, werden immer wieder ausgestoppt. Und das nervt ja auf Dauer. Wir versuchen irgendwie einen Trend zu erwischen und wieder ausgestoppt. Und dann müssen wir wieder einsteigen. Und der Stereo-Trader kann das eben alles automatisch machen. Er stellt uns Break-Even, dann wird er ausgestoppt und dann können wir sofort wieder eine neue Order auflegen lassen. Und das macht der Stereo-Trader halt vollautomatisch dann, in dem Fall auf dem VPS-Server. Und das macht das ganze Trading extrem entspannt und gibt einem auch eine gewisse Sicherheit und nimmt einfach die Aufregung aus dem ganzen Trading raus. Ja, und wenn er dann mal einen Trend erwischt, dann sieht man, dann entstehen eben diese kleinen Performance-Spikes nach oben. Wenn er dann wirklich mal in den Trend reinkommt, was ja bei so einem Wert dann auch eine Weile dauert. Und dann kann man eben dann auch die Gewinne realisieren. Ja, das ist natürlich das Entscheidende. Die Gewinne müssen immer realisiert werden. Das heißt, es nützt ja nichts, wenn man sich immer nur einkauft. Man muss auch auflösen. Und all das wird eben mit der ATR, also das heißt mit der Volatilität, die da ist, mit der durchschnittlichen Länge einer Kerze, welcher auch immer, dann halt irgendwo entschieden, wo passiert an der Stelle halt die Auflösung. Wie er auch gerade schon gesagt hat, so ein Filter. Wer hat nicht schon eine Strategie gehört? Ja, wenn sich der SMA 12 mit dem SA 51,5 kreuzt, dann ist das long. Das ist alles totale Müll. Also, sorry, wie ich das so deutlich sage. Aber ich habe bis dato keinen, nur nicht mal einen Backtest gesehen, der damit halt permanent irgendwie erfolgreich ist. Es ist total egal. Man kann auch den 20er mit dem EMA 200. Es ist alles, es funktioniert nicht. Aus einem einfachen Grund. Wenn es so einfach wäre, würde es jeder machen. Das ist schon ein Grund, warum es nicht funktionieren kann. Das Zweite ist, jeder SMA, jeder EMA läuft immer dem Kurs hinterher. Der einzig verlässliche SMA ist der SMA 1. Das ist nämlich eine Kerze. So, von dem weiß ich, gut, diesen Echtzeit. Der Rest rennt immer hinterher. Man sieht natürlich eine Tendenz. Ja, ich sehe, wenn der EMA 200 abfällt, dann fällt der Markt. Ja, das sehe ich aber auch am Markt. Da brauche ich kein EMA 200. Und genauso, natürlich, wenn der irgendwo dreht, der EMA 200 fällt da noch. So, ein kleinerer SMA, der dreht natürlich schneller mit. Dann kreuzen die sich. Dann sehe ich, der Kurs steigt. Äh, äh, der Kurs ist gestiegen. Das ist immer der entscheidende Punkt. Aber selbst, wenn es für dich okay ist, gehe ich mal kurz auf das Beispiel. Ja, klar. Wir haben heute Morgen nämlich einfach mal zusammen mit einer Runde Kaffee getrunken. Wir haben hier mal versucht, das vorzubereiten. Will das jetzt nicht? Okay, und ich muss wahrscheinlich erstmal hier das PowerPoint kurz beenden. Vielleicht funktioniert es dann. So, und zwar sind wir nämlich einfach mal hingegangen und haben das mal ganz stupide gemacht. Das ist so ein Filter. Ähm, ja, wie er ihn gerade angesprochen hat. Auch den hat er für sich optimiert. Aber hier hinter ist es einfach mal ganz, ganz stupide. Wenn, wenn rot ist, ist short. Wenn blau ist, ist long. So, das Ganze basiert. Hier, das ist ein kleines Add-on, ähm, eine Indikation im Stereo Trader. Ich habe hier einfach eingestellt EMA 200 und, äh, SMA 20. Das heißt, wie gesagt, ich glaube, ja, ich glaube nicht an sowas, ja. Ja, aber da haben wir einfach mal gesagt, naja gut, trotzdem zeigt es hier eine Tendenz, die natürlich sehr träge hinterher rennt, ja. So, und darauf haben wir einfach mal das Ding gestartet und haben das als Filter eingesetzt, was man damit machen kann. Ähm, so, ich lasse hier einfach mal weiterlaufen. Wir sehen halt, das ganze Ding ist schon ein bisschen gelaufen, ne. Das heißt, so funktioniert die ganze Geschichte prinzipiell. Das ist jetzt hier History Trading. Das heißt, er deckt sich in den Markt ein. Jetzt ist es aber kein stupides Grit. Das sieht man schon daran, dass die alle miteinander verkettet sind, die ganzen Geschichten. Das ist halt eben das Entscheidende. Das heißt, es kann nicht passieren, dass zum Beispiel hier jetzt, ja, ich habe hier ein Risiko von 6 Euro pro Punkt oder 5 Euro plus 1. Es kann nicht passieren, dass der Markt hier oben durchrennt, ich überall gefüllt werde und dann halt ein Minus landet. Das kann nicht passieren. Das ist wirklich extrem wichtig, weil das geht nur mit dem Stereo Trader. Da muss man auch immer noch quasi warnen, solche Systeme auf anderen Plattformen anzuwenden, weil die garantiert scheitern. Durch die Limit Pullback Funktion und die verketteten Grid Orders ist das Risiko eben extrem minimiert. Das wird auf einer anderen Plattform definitiv so nicht funktionieren. Man sieht es hier, wenn man genauer hinguckt, ne. Das Grid schickt sich immer nach oben. Das heißt, immer dann, wenn halt irgendwie ein Level überschritten wurde, geht das Ganze halt dynamisch. Natürlich geht es auch mal mit Minus raus, ja. Aber halt die Funktionsweise ist eine völlig andere. Ich weiß, dass mittlerweile andere Plattformhersteller hingehen und das versuchen nachzubauen, ja. Und, aber wir haben halt hier einfach schon mindestens fünf Jahre Erfahrung halt drin. Und das ist eine ganz andere Geschichte als ein normales Grid-System. Ich habe mich ja vorhin mit dem Orkan Kujas, was ja auch ein Verfechter vom Stereo-Trader ist, auch unterhalten. Der hat auch gesagt, wir haben schon so viele Grids getestet, funktioniert nicht. Das ist kein normales Grid-System. Auch wenn es auf den ersten Blick so aussieht, das ist es nicht. Es funktioniert anders. Und, wie gesagt, jetzt hier aber mal nochmal drauf zurückzukommen. Ganz simpler Filter, der wie jeder andere dem Markt hinterher rennt, ja. Einfach mal laufen lassen. Hier sind, wir haben das Ding gestartet, da wo es gestartet ist einfach, ohne irgendwas einzugeben. Und hier auf der rechten Seite sieht man, klar haben wir Verlierer drin. Ja, logisch, weil das Ding ja auch dem Markt hinterher rennt. Aber dadurch, weil er immer wieder, das heißt, wenn ich gegen den Trend handele, verliere ich. Läuft er aber seitwärts, verdiene ich Geld. Läuft er mit mir, verdiene ich auch Geld. Das heißt, bedingt dadurch, dass ich hier schon einfach eine statistische Quote habe, die schon bei 66,6% liegt, habe ich natürlich einen Vorteil. Und deswegen passiert genau das. Das heißt, wenn ich ungefähr drin bin, ungefähr in der Richtung, kriege ich meinen seitwärts, auf jeden Fall. Und ich kriege natürlich meine Trendrichtung. Und deswegen sieht die Kurve so aus. Das waren jetzt hier mittlerweile 318 Trades, die das Ding jetzt hier absolviert hat. Und ja, im Durchschnitt liegen wir jetzt halt hier bei 15% vorne. Und Entschuldigung, der Drawdown war 15% und wir liegen 21% vorne. Das musste man nur erst mal schaffen. Ja. Und noch ein großer Vorteil ist natürlich mit dieser Art des Tradings, dass wir hier nicht mehr auf Futures-Daten angewiesen sind. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Order-Flow-Sculping oder irgend sowas machen, eben im Future, dann brauchen wir natürlich original Futures-Daten. Das macht ja im CFD überhaupt keinen Sinn. Und mit diesem System ist die Kursstellung ja quasi mehr oder weniger egal. Und wenn der mal nach oben spiked, dann wird das ganze Bild einfach mit nach oben geschoben. Wo dann der Future im selben Moment steht, ist im Grunde quasi fast irrelevant. Und das hier, wie gesagt, ist auch nur ein ganz simples Preset, was da halt drin ist. Was halt eben auf so einem eigentlich total stupiden und eigentlich nicht funktionierenden Ansatz beruht. Und trotzdem haben wir das mal angeworfen und haben gesagt, komm, lass mal laufen. Und weil wir haben es tatsächlich erst heute Morgen zusammengesetzt und haben sich überlegt, was wir hier überhaupt erzählen müssen. Und ich bin deswegen ganz froh, dass es gestern mit dem Live-Trading, dass es halt eben auch hier rein spielen konnte. Und dass wir hier eben nicht nur auf irgendwelche Backtests halt zurückgreifen müssen, sondern einmal seine Ergebnisse, die er halt gesammelt hat in all der Zeit. Mein Beispiel auf dem Live und eben das halt in Kombination dazu. Deswegen sage ich auch mal ganz wichtig, wenn ihr irgendeinen Automaten seht, der immer nur Plus macht, vergisst das, ne? Das funktioniert nicht. Also das ist, man sollte schon irgendwie Vorwarttests haben. Ja, bitte. Warum funktioniert das jetzt in 0? Wie weit ist es noch short? Wie weit ist es noch gewesen? Die ist noch an. Ist noch beide an. Ja, also das, ja, ja. Und um das ganz kurz zu erklären, hier kam gerade eine technische Frage. Also generell ist es so, die ganze Geschichte, also hier wird der Algorithmus ausgewählt, hier wird ausgewählt, long und short, ja. Ich kann beides halten. Halten heißt, das hat eigentlich permanent durchgehalten ist. Und dieser Filter geht quasi hin und sagt, ja, du darfst jetzt nicht long oder du darfst jetzt nicht short, je nach Farbe. Also total simpel. Jetzt hat er auf long gedreht. Ja, jetzt hat er auf long gedreht, weil jetzt halt, wo dieser Cross dann halt da gewesen ist und das ist halt alles. Ich habe das auf einen Stundenchart gemacht. So, das ist die, ähm, im Wesentlichen das, was wir hier halt mal kurz vorstellen wollten. Wir werden in naher Zukunft da auch einige Webinare dann auch dazu machen. Der Frank ist, wie gesagt, der Spezialist dafür, der damit wesentlich mehr Erfahrung hat als ich. Live-Erfahrung vor allen Dingen. Ich mache es immer hin und wieder mal und frage mich immer, warum tue ich mir überhaupt den täglichen Stress an und lasse das Ding nicht einfach laufen. Und er, wie gesagt, er wird halt in den Webinaren dann auch einiges dazu erzählen. Ja, das war es eigentlich an der Stelle. Also wer sich dafür interessiert, wir haben auch hier ein bisschen was zum Stealtrader liegen. Kann man sich natürlich gerne mal angucken. Oder halt eben, wie gesagt, er hat einen YouTube-Channel. Ich habe eine Facebook-Gruppe. Seite 20 im aktuellen Traders-Magazin. Das auch noch, ja. Glückwunsch, da habe ich es noch nie reingeschafft. Ich durfte mich mit der Live-Bühne begnügen dann gestern, aber das ist ja auch ganz nett. Nein, also wenn ich mich damit befassen will, im Internet findet man ganz viel dazu. Und wie gesagt, hier gibt es auch einen Prospekt. Und wer Fragen hat, kann natürlich sich auch gerne an Tickmill hier wenden, den Stealtradern. Und das alles gibt es halt hier tatsächlich kostenlos zum Konto auch dazu. Wie gesagt, wir machen viel Education rund um das Thema. Und wir lassen da halt auch niemanden damit alleine. So, liebe Elena, von meiner Seite, so wie ich das sehe, kommt da jetzt nichts mehr an Präsentationen. Außer noch vielleicht ein letztes Bild. Nein, ne? Also das war hier nochmal die Statistik. Aber ansonsten sind wir dann an der Stelle durch. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe heute Nachmittag übrigens noch auch ein Seminar zu einem ähnlichen Thema. Hat jetzt damit weniger zu tun, aber 14 Uhr, wer möchte, kann dann natürlich sich gerne noch dazu buchen. Ich glaube, es gibt noch ein paar freie Plätze. Aber erstmal Dankeschön an der Stelle, auch an Tickmill und natürlich an dich, Frank, dass du hier eingesprungen bist. Und wie jedes, dass du hier zusammen zeigen durften. So, ich wünsche Ihnen allen noch viel Erfolg und viel Spaß hier auf der WUT und ein schönes Wochenende. Bis dahin. Vielen Dank.